Ja, liebe Leute, nur noch ein paar Mal schlafen und dann ist es am 19.04. auch endlich soweit und wir dürfen selber Hand anlegen an das lang ersehnte DLC Burning Shores zu Horizon Forbidden West. Und Gorilla Games, die feiern das Ganze mit uns zusammen auf ihre Art und Weise, indem sie uns einfach nochmal zwei neue Trailer spendieren. Im ersten Trailer, den wir hier gerade sehen, sehen wir hauptsächlich neue Kampfszenen mit Aloy gegen die Maschinen, also neues Gameplay-Material und im zweiten Trailer, da sehen wir dann auch noch ein bisschen darüber hinaus. Dabei handelt es sich dann um den Launch-Trailer. Auf beides werden wir jetzt hier im Detail nochmal eingehen müssen, denn es gibt wirklich eine Menge Input und beide Links zu den Videos habe ich dir natürlich auch unten nochmal in der Videobeschreibung eingestellt. Da kannst du gerne auch nochmal schauen und dir das Ganze unkommentiert von mir natürlich reinziehen. Und wenn du ab dem 19.04. keine Guides mehr zu dem DLC Burning Shores hier auf dem Kanal verpassen willst, dann bleibt doch gerne mit einem Abo am Start. Wir gehen in die Analyse hinein und sehen erstmal hier natürlich den epischen Fight mit Aloy gegen die zwei Krallen-Schreite. Und was uns hier natürlich als erstes auffällt, das ist die Location. Ich meine, wie nice ist das? Ja, wir sehen hier diese Lava-Flüsse rechts im Bild. Wir konnten das Ganze natürlich auch schon irgendwie erahnen, anhand von dem Namen zum DLC Burning Shores, Brennende Küsten und natürlich auch zu bereits gezeigtem Gameplay-Material. Aber jetzt hier wirklich Aloy dann auch, ja, an so einem Spot zu sehen, wie sie gegen die Maschinen kämpft, einfach nur atemberaubend. Die Waffe, die Aloy jetzt hier an der Stelle bei sich trägt, dabei handelt es sich um den legendären Schmiedestoß, also es ist keine neue Waffe. Und das Outfit, das Aloy hier an der Stelle trägt, dabei handelt es sich einfach nur um das Tenakt-Schützerinnen-Outfit, also auch etwas, was wir so bereits aus dem Hauptgame kennen. Aber wenn wir das Ganze dann mal weiterlaufen lassen, dann sehen wir auf jeden Fall gleich noch eine Besonderheit oder ich denke zumindest, dass es eine Besonderheit ist. Und zwar, wenn Aloy dann auf die nächste Waffe wechselt. Und zwar sehen wir hier einen Seilwerfer und ich habe den mal verglichen mit dem Elite-Kanister-Seilwerfer und mir ist da aufgefallen, dass das nicht exakt dieselben Farben sind. Möglicherweise können wir vielleicht jetzt auch Waffen irgendwie einfärben, who knows, aber ich glaube vielmehr, es handelt sich hierbei um den legendären Seilwerfer, den wir so im Hauptgame bisher vermisst haben. Möglicherweise bekommen wir hier im DLC auch wirklich jetzt endlich den legendären Seilwerfer präsentiert und können den dann in unser Inventar aufnehmen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Macht natürlich auch wieder ordentlich Spaß, hier zum Beispiel dann die Krallenschreiter so dingfest zu machen und dann anschließend hier so einen Finisher auszuüben. Ich weiß nicht mehr genau, ob es diese Form vom Fight schon vorher gab. Ich meine klar, dass hier mit den Energiestößen oder Energiekugeln, aber ob es dann auch wirklich diese Form gab mit den, ja mit diesem Finisher R1, das weiß ich nicht. Hier in der nächsten Szene, da sehen wir dann, wie Aloy hier gegen einen spitzen Schlachtrücken kämpft. Ich denke, dass es ein spitzen Schlachtrücken ist, wobei diese, ja, goldenen Akzente hier beim Schlachtrücken mir doch ein bisschen verdächtig auffallen und ich da vermute, ist natürlich auch alles nur meine Vermutung, dass es sich hier vielleicht um eine neue Modifikation handelt. Who knows? Ich würde es auf jeden Fall nice finden, wenn wir hier tatsächlich irgendwie nochmal stärkere, noch stärkere Maschinen präsentiert bekommen. In dieser Szene gibt es ein ziemlich wichtiges Detail rund um Aloys Outfit, was ich zunächst falsch interpretiert hatte und davon ausgegangen bin, dass es hier ein neues Outfit ist. Vielmehr ist es allerdings das Kaja Biomod Fallenstellerin Outfit, bei dem wir einfach nur die Kopfbedeckung weglassen. Das bedeutet, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir jetzt im DLC oder ab dem DLC Aloy nur mit bestimmten Parts von den einzelnen Outfits ausrüsten können und in dem Fall jetzt hier die Kopfbedeckung einfach weglassen. Wir machen das Ganze weiter und was uns dann hier an der Stelle auffällt, das hat mir echt so ein bisschen den Atem geraubt. Ich habe gedacht, what the fuck? Was ist das? Ist das hier ein Stargate? Sind wir hier irgendwie in den, keine Ahnung, Universal Studios angekommen oder so? Ich meine, das würde sich anbieten, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob Stargate tatsächlich von Universal Studios ist, aber ist auch an der Stelle eigentlich mal egal. Auf jeden Fall die Location, der Spot hier, der scheint was ganz Besonderes zu sein. Möglicherweise auch von dem, was wir hier außenrum an Tribüne sehen, ist das irgendwie eine Kampfarena gewesen. Vielleicht hat man damals schon irgendwelche ganz besonderen Kämpfe ausgeführt. Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall sowas gleich auch nochmal im Launch Trailer sehen, aber da möchte ich noch nicht vorweggreifen, denn das ist nochmal eine ganz spezielle Besonderheit. Darauf werden wir im Launch Trailer dann nochmal eingehen. Ansonsten sehen wir natürlich jetzt hier auch weiter den Kampf gegen den Spitzenschlachtrücken. Ich denke Spitzenschlachtrücken an der Stelle. Auch hier Aloy wieder natürlich absolut nice, wie sie das Ganze meistert und dann haben wir den auch erlegt und wechseln damit zum Launch Trailer und auch hier bekommen wir wieder eine ganze Menge Input, eine ganze Menge an Informationen, die wir wirklich auch Stück für Stück gleich durchgehen werden, aber wir lassen das Ganze einmal komplett durchlaufen. Wirklich ein paar Szenen, einfach nur der Oberwahnsinn, die mich auch auf die ein oder andere Idee gebracht haben, wie das Ganze hier auch wirklich im DLC storytechnisch verlaufen kann. Wir sehen auch hier wieder neue Begleiter, wir sehen auch hier wieder Spots, die wir auch so in anderen DLC-Analyse-Videos hier auf dem Kanal schon behandelt haben. Also viele Dinge, die wir auf jeden Fall irgendwie zusammenbringen werden und wie gesagt, dafür machen wir uns auch gleich hier an die Analyse heran. Wahnsinnig kraftvolle Bilder, wahnsinnig gut inszeniert. Wieder die Trailer, die Goriya Games hier liefert, sind einfach nur on point und das ist einfach nur der Oberwahnsinn, was wir hier gezeigt bekommen. Jetzt gehen wir in die Analyse hinein und hier sehen wir natürlich am Anfang ein bekanntes Bild, Aloy auf dem Sonnenflügel über den brennenden Küsten. Doch danach gibt es auch direkt dann eine Einstellung, da müssen wir drüber reden, denn das scheint mir irgendwie eine neue Technologie zu sein. Wir sehen hier einen Turm, aus dem kommt irgendwie so ein Energiestoß heraus und der scheint auch Aloy in irgendeiner Form anzugreifen. Denn in der nächsten Szene sehen wir dann, dass aus dem Turm Geschosse herauskommen, die es auf Aloy abgesehen haben. Es scheint also in irgendeiner Form eine Intelligenz dahinter zu stehen. Möglicherweise ist das ein System von den Pharsenet oder aber es ist in irgendeiner Form ein Verteidigungsprotokoll von Gaia. Das könnte natürlich auch gut sein. An der Stelle habe ich mir dann aber überlegt, inwieweit kann das Ganze hier in die Story hereinspielen. Wir sehen nämlich als nächstes, dass Aloy von ihrem Sonnenflügel heruntergeschleudert wird und dann irgendwo unten wahrscheinlich dann strandet. Das bringt mich auf die Idee, dass wir wahrscheinlich im DLC ganz am Anfang erstmal unseren Sonnenflügel verlieren werden. Wir werden dann kein Flugmount besitzen und werden dann vielleicht den Waterwing erst finden müssen, weil wir keinen Sonnenflügel hier in der Region antreffen. Dafür müssen wir dann vielleicht auch erst wieder eine gewisse Überbrückung lernen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir gerade am Anfang vom DLC erstmal irgendwo auf einer Insel sind und dann tatsächlich auch gar nicht mehr zurück auf die eigentliche Map können. Würde auch erklären, warum wir das Ganze erst nach Abschluss vom eigentlichen Game nach der Hauptstory dann auch hier antreffen können. Wie gesagt, das ist natürlich Grundvoraussetzung, dass du dann im Spiel auch tatsächlich das DLC spielen kannst. Du musst natürlich auch die Story erst abgeschlossen haben, um das DLC Burning Shores dann auch aufrufen zu können, damit du dann im Prinzip auch diese Storyline dann bekommst. Wir machen weiter und wie gesagt, das ist natürlich alles von mir Spekulation, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier wirklich unseren Sonnenflügel verlieren. Hier in der nächsten Szene sehen wir dann eine Quen und die kennen wir bereits auch. Und zwar ist das ja die neue Begleitung Seika. Es ist die Kriegerin des Quen-Stamms, die wir im letzten DLC-Analyse-Video hier auf dem Kanal ja auch schon behandelt haben. Da hat uns Goriya Games natürlich auch schon Infos geliefert. Hier sehen wir auch nochmal das Dorf der Quen und hier hatten wir im letzten Video natürlich auch nochmal die Vermutung aufgestellt, dass es sich bei dem Horrors im Hintergrund um den am Hollywood-Sein vermutlich handeln wird und hier im Video bekommen wir das Ganze jetzt auch nochmal bestätigt und haben damit natürlich auch im letzten Video irgendwo wieder richtig gelegen. Sehr nice, das hier auch nochmal so zu sehen. Wenn wir das Ganze dann weiter abspielen, wie gesagt, sehen wir noch ein paar Szenen mit Seika. Wir sehen, dass wir hier scheinbar ein Bündnis eingehen. auch sehr cool gemacht, wie wir uns hier gemeinsam herunterschwingen. Hat mich so ein bisschen an Szenen mit Val dann auch erinnert und wie gesagt, sehr, sehr cool gemacht. Wieder sehr episch. Auch hier nochmal, wie wir die beiden dann vor dem Horrors am Hollywood-Sein sehen. Das wird wahrscheinlich auch wirklich der Point of Interest sein, den alle erstmal besuchen wollen, sobald sie in irgendeiner Form dorthin können. Aber wie gesagt, ich vermute ganz stark, wir werden am Anfang keinen Flugmount haben und werden deshalb uns mit Seika zusammen erstmal den Weg durch die brennenden Küsten schlagen müssen. Als nächstes sehen wir dann hier nochmal Alva und das unterstützt so ein bisschen meine Theorie, dass wir tatsächlich nicht mehr ins eigentliche Gebiet zurück können, denn wir sehen sie hier nur mit einer Fokusprojektion. Das bedeutet also, ich gehe ganz stark davon aus, Alva können wir zwar kontaktieren, aber wir können nicht mehr zurück nach San Francisco oder wie gesagt, ins eigentliche Gebiet rund um Horizon Forbidden West und müssen erst mit Seika zusammen einen Weg finden. Hier sehen wir dann vermutlich nochmal einen CEO rund um die Gwen, gut möglich. Auch hier nochmal nice sein Outfit, auch unser Outfit, was wir mit Aloy hier tragen, das erinnert uns auch sehr stark an die Gwen. Es wird auch ein neues Outfit sein und hier an der Stelle, da sehen wir auch etwas, was wir bereits in einem weiteren alten DLC-Analyse-Video hier auf dem Kanal behandelt haben und zwar ein alter Bekannte, der Oseram Gildun. Den haben wir im DLC Frozen Wilds damals kennengelernt zu Horizon Zero Dawn und der war uns auch im Gedächtnis geblieben und da hatten wir ja schon die ein oder andere Glyphe im verbotenen Westen finden können, die darauf den Hinweis gegeben hat, dass wir Gildun tatsächlich auch antreffen können. Wir sehen ihn nur ganz kurz, danach sehen wir wieder eine Szene mit dem Waterwing und das, was wir jetzt hier präsentiert bekommen, das lässt mich wieder absolut hier mit einem ganz großen offenen Mund dastehen und zwar sehen wir hier wieder erneut so ein Stargate. Es sieht so ein bisschen aus, als ob das Ganze unter Wasser ist, aber hier sehen wir auch scheinbar irgendwie noch einen Helden, eine Statue und hier sehen wir auch noch Dinosaurier ringsherum und das unterstreicht so ein bisschen die Idee, dass es sich hier vielleicht irgendwie um einen Themenpark handelt mit Dinosauriern, Jurassic Park, Stargate-Mix, wirklich in irgendeiner Form irgendwas aus vielleicht Filmstudios, was so übrig gebliebene Requisiten vielleicht auch einfach sind, die da irgendwo halt in Los Angeles noch rumstehen. Möglicherweise sind das hier auch Projektoren, weil wir sehen hier so ein Energieschild um das Zentrum von diesem Stargate herum und das könnte natürlich gut sein, dass hier verschiedene Sachen hineinprojiziert wurden und man dadurch entsprechend dann auch die Menschen unterhalten hat, bevor dann einfach die Zivilisation den Bach runtergegangen ist. Auf jeden Fall, sehr, sehr interessant, was Guerrilla Games uns hier liefert und das will ich auf jeden Fall wissen, was es damit auf sich hat und da wird es auf jeden Fall noch eine Menge Infos zu geben. Wir machen weiter im Video, sehen dann Aloy zusammen mit Seika nochmal auf einem Flugmount und hier in der Szene habe ich das Gefühl gehabt, dass unser Sonnenflügel hier sehr dunkel ist. Möglicherweise haben wir vielleicht sogar die Möglichkeit, einen spitzen Sonnenflügel auch irgendwie zu überbrücken und in der nächsten Szene, da stoppe ich jetzt schon mal direkt, hier sehen wir dann Aloy, nämlich mit der Phasenet-Technologie. Diese setzt sie anscheinend ein, also wir scheinen irgendwie die Kontrolle darüber gewinnen zu können, um dann am Ende auch noch gegen den Horus zu kämpfen. Einfach eine wahnsinnig geile Szene hier an der Stelle. Ich bin so hyped as fuck, was diese ganze Sache hier angeht und wenn es dir genauso geht und du natürlich auch wissen willst, wie es im Game weitergeht, dann ja, verpass auf jeden Fall nichts mehr hier auf dem Kanal und dann würde es mich einfach freuen, wenn du mit einem Abo am Start bleibst. Also in diesem Sinne, hau rein und mach's gut!